Olaf Rauschenbach ist ein deutscher Schauspieler. Leben Olaf Rauschenbach studierte von 1991 bis 1995 an der Hochschule der Künste in Berlin und erhielt anschließend ein Stipendium der Akademie der Künste, Berlin-Brandenburg. Seit 1994 ist er freiberuflich als Schauspieler tätig. Seine Engagements führten ihn u.a. zur Schaubühne am Leniner Platz und zum Nationaltheater Weimar. Zwischenzeitlich spielte er auch in verschiedenen deutschen TV- und Filmproduktionen und sogar im israelischen Fernsehen. Zusammen mit Jörg Pinsch und Sohila Bafi bietet er unter dem Namen Empolon, göttliche Unterhaltung, private Stadtführungen durch Berlin und Weimarer an. Für Apolon ist er als Autor und Darsteller tätig. Von März bis Oktober 2008 war er in der ZDF-Telenovela Wege zum Glück als Kommissar Jan Delbrück zu sehen. Filmografie, Kino 2000, Pinky und der Millionen-Mobs 2005, Chaplin 2007, In deiner Haut, Fernsehen 1994, Die Manis 1996, Max Wolkenstein 1997, Park Hotel Stern 1998, Alpha Team 1998, Der Fahnder 1998, Tatort Berliner Weiße 1998, Sommergewitter 1999, Mama ist unmöglich 1999, Holstein Lovers 1999, Happy Birthday 1999, Sankt Angela 2000, Wolfsrevier 2000, Tatort Einsatz in Leipzig 2000, Tatort von Bullen und Bären 2001, Der Liebe entgegen 2001 zu 2002, Küstenwache 2002 zu 2003, In aller Freundschaft 2002, Verirrte Gefühle 2002, Alarm für Cobra 11 2005, Im Namen des Gesetzes 2005, Der letzte Zeuge 2006, Ich nahe des Glücks das Leben des Heinrich Heine 2007, RIS, Die Sprache der Toten 2008, Wege zum Glück 2012, Tatort ein neues Leben, Theater 1998, Tatsächlich Besuch 2006, Sehnsucht nach Deutschland 2006, Indien. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.